Hier ist das Arbeitsamt. Ich bin sehr nervös. Mein Termin ist in 5 Minuten. Mein Termin ist in 5 Minuten. Hoffentlich geht alles gut und ich bekomme eine neue Arbeit. Hallo, ich habe einen Termin mit Frau Müller. Guten Tag, wie ist Ihr Name? Guten Tag, wie ist Ihr Name? Mein Name ist Steiner. Frau Müller wird gleich kommen. Sie können sich so lange hinsetzen. Hallo, Sie müssen Herr Steiner sein. Hallo, Sie müssen Herr Steiner sein. Ja, richtig. Freut mich, Sie kennen zu lernen. Ja, richtig. Freut mich, Sie kennen zu lernen. Freut mich auch. Folgen Sie mir bitte. Nehmen Sie bitte Platz. Nehmen Sie bitte Platz. Haben Sie Ihre Unterlagen dabei? Haben Sie Ihre Unterlagen dabei? Ja, natürlich. Hier ist mein Lebenslauf und eine Bewerbung, die ich geschrieben habe. Hier ist mein Lebenslauf und eine Bewerbung, die ich geschrieben habe. Vielen Dank. Haben Sie auch Ihren Ausweis dabei? Vielen Dank. Haben Sie auch Ihren Ausweis dabei? Ja, ich habe meinen Pass mitgebracht. Ja, ich habe meinen Pass mitgebracht. Ihr Pass ist auch in Ordnung. Bitte erzählen Sie mir etwas über sich. Welche Berufe hatten Sie bis jetzt? Ich habe eine Ausbildung zum Koch gemacht. Ich habe eine Ausbildung zum Koch gemacht. Danach habe ich auch vier Jahre als Koch gearbeitet. Leider habe ich aber meine Arbeit vor zwei Wochen verloren. Zudem habe ich Erfahrungen als Kellner und als Lieferant. Ich verstehe. Möchten Sie wieder als Koch arbeiten oder sind Sie offen für andere Berufe? Ich bin zurzeit über jede Arbeit froh. Ich möchte unbedingt wieder arbeiten. Alles klar. Ich schaue mal kurz im Computer nach, was ich Ihnen anbieten kann. Ich habe drei freie Stellen, die zu Ihnen passen könnten. Ich habe drei freie Stellen, die zu Ihnen passen könnten. Oh, das ist interessant. Welche denn? Sie könnten zum Beispiel als Bauarbeiter arbeiten. Sie könnten zum Beispiel als Bauarbeiter arbeiten. Als Bauarbeiter? Das könnte funktionieren. Was haben Sie denn noch? Es gibt auch eine Stelle als Kellner in einem Restaurant. Es gibt auch eine Stelle als Kellner in einem Restaurant. Okay. Und was ist die letzte Option? Sie könnten auch als Lieferant für eine Pizzeria arbeiten. Wie finden Sie das? Das hört sich auch gut an. Ich weiß nicht, für was ich mich entscheiden soll. Wie sieht es denn mit der Bezahlung aus? Als Bauarbeiter bekommen Sie 12,20 Euro pro Stunde. Als Kellner sind es etwa 10 Euro die Stunde. Und als Lieferant bekommen Sie 11 Euro pro Stunde. Alles klar. Ich denke, dass ich als Bauarbeiter arbeiten möchte. Das wäre mal etwas Neues für mich. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Arbeit. Abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt euch wissen, bitte mal. Vielen Dank.